so dass wir wieder zurück bei terror town eigentlich ist der titel des parkes doch schon ein bisschen makaber oder müssen reichen 10 ach da war mit einer erregungsrate von mindesten 6,0 und wir haben schon derer 3 jetzt kam gerade der topspin den können wir natürlich auch noch bauen das ist dieser hier diese musik diese märchenmusik oder was das dort war eingestellt haben sind auch ein bisschen absurd ja gut das schiff wir haben schon drei achterbahnen gebaut die das ziel erreichen schnellstmach den leuten in den hintergarten ein abstand muss trotzdem bleiben dann bauen wir da so rum einfach würde ich sagen dann komme ich hier durch oder so dann reißen wir machen es einfach so hier zack dann ist das schon mal eine sackgasse aufgelöst die leute sich nicht mehr beschweren können in drei mark und dann ist das in ordnung topspin zack ach so halt natürlich muss man hier noch die warteschlange bauen sonst macht das ja keinen sinn so jetzt aber so thema achterbahn da möchte ich jetzt ein bisschen weiter machen wie gesagt wir müssen drei achterbahnen auf die das ergebnis passt gelber blitz ist im moment keine warteschlange weil es regnet finanziell sieht es im moment gut aus wir haben zwar 20.000 schulden aber machen gewinnen 4.500 jetzt aufgehört mit regnen und das haben wir vier achterbahnen eigentlich die wir bauen können mini holz achterbahnen ob man die auf 6,0 bekommt weiß ich jetzt nicht das war aber in dem letzten park wo wir das hatten da war es ein ganz schönes gemäher aber die lohen achterbahnen kriegt man doch dicke auf 6,0 die können wir natürlich auch hier schön so durch das wohngebiet zerren das ist eine gute idee das werden wir glaube ich machen starten wird sie hier oh die leute werden sich freuen wenn da die die achterbahn durchgeht die ganzen nimbys wenn man so schön sagt die zwar eine achterbahn haben wollen aber nicht dann bei denen im hinterhof so ungefähr das kann das werden ob es hier proteste gibt ich glaube der achterbahn kaiser der wird dagegen vorgehen kann ich jetzt hier so eine enge kurve machen kommen dann die wagen dort rum wenn der zug lang gelungen ist müsste das doch funktionieren denke ich mal passt schon jetzt so auch für die stützen hier ok das ist ja doof ich wollte nämlich jetzt hier durch diese häuser durch wie macht man denn das am besten geht das überhaupt ja so hier irgendwie die werden sich freuen wenn da ständig eine achterbahn durch brödelt jetzt komme ich über die tankstelle ich glaube in das gebäude es wird wahrscheinlich nix durch das gebäude das klingt auch ein bisschen makaber wo ist es da die tankstelle im weg die muss natürlich bleiben die einwohner müssen natürlich auch eine möglichkeit haben hier zu tanken komm her ist hier sind die blumenbeete verdingst kannst du das bitte jemand angucken danke komm ich hier rum nee dann bin ich dort oben soweit aber das geht warte mal vielleicht noch eins weiter kommt erstmal das actionfoto hin das ist richtig grell eingestellt der blitz damit die leute die ja so im umkreis wohnen dann nachts immer übelst aufgeweckt werden durch den lichtschein das bin ich wieder gemein hier mit den einwohnern so hier kommt jetzt der drop des todes der todes drop ich glaube mich zieht sie ja nicht zu brutal runter das geht das euh hier das ist ja w hier hier Ob das schon für 6,0 reicht? Wir können überhaupt erstmal eine Testfahrt machen, ob der so weit kommt. Ob das überhaupt funktioniert, was wir gebaut haben? Vielleicht reicht das ja. Na gut, für 6,0 ist das bestimmt zu kurz, würde ich sagen. Aber wir gucken erstmal. Na gut, da kommt schon wieder um die Kurve, das ist schon positiv. Ja, natürlich hier um diese S und um die Kurve, das ist natürlich viel zu schnell. Von den Kräften her, obwohl es geht eigentlich nicht, doch 3,0, das ist zu heftig. Okay, dann wissen wir, dass die hier noch genug Speed haben, um hier noch weitere Runden zu drehen. Das ist schon mal gut zu wissen. 3,27 G, senkrechte Kräfte sind wieder so hoch, die seitlichen. Ach, da waren wir freiem Fall rückwärts, das ist die. Die können wir eigentlich auch bauen, weil ich glaube, die hat nur 2,0. Ich glaube, das geht zwar nicht die Strafe, weil die Strecke so kurz ist. Das ist bestimmt hier die Stelle, wo diese 3G ab links auftreten. Aber gut zu wissen, das können wir erstmal so weiterbauen. Dann können wir eine weite Kurve nehmen. Dann können wir wieder das klassische hoch und runter gezupple, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Das müsste ja wie gesagt von der Geschwindigkeit her ausreichen. Und dann kann man ja eigentlich hier das noch so ein bisschen ineinander... Ach so, das geht nicht. Ineinander verschachteln. Eigentlich wäre es gut, wenn die Bahn und das dann immer mal unten drunter lang geht. Aber werden wir uns wahrscheinlich nicht hinbekommen. So, und jetzt müsste ich eigentlich mit einer engen Kurve doch da genau... ...die Zieleinfahrt hinbekommen. Genau. Bin ich mal gespannt, ob das von den Werten her passt jetzt. Guck mal, so wie bezeichnet ich für Bildungssimulator. Okay. Wo ist er? Hier. Ne, das muss wieder laufen hier. Das mit dem Geld. Ja gut, 5 Mark ist wirklich... ...schon preisintensiv. 3 Mark. Okay, für 3 Mark kommen sie ja... So, jetzt gucken wir erstmal auf die Bahn. So, hier geht es hoch runter, hoch runter. Oh. Da verliert ihr schon so ein bisschen den Speed, aber es müsste eigentlich noch gehen. Mit 43 hier so rum. Und dann zum Abschluss eine enge Kurve. Jawohl. Na gut, Stationsbremsenversagen ist das Ding jetzt nicht. Dann müsste ich das, glaube ich, wieder ein bisschen höher legen, dass die dann am Ende noch abbremsen. Die Station. Aber ich will das jetzt auch nicht mit jeder Bahn machen. So, wie sieht es aus? Oh, guck mal, das passt sogar. Mensch. Dann können wir die ja sogar in Betrieb nehmen. Moment, nicht, dass ich mich hier verguckt habe. Mal gucken. 6,0. Genau, haben wir jetzt die vierte Bahn. Ich finde jetzt vom Layout jetzt auch nicht so... Na gut. Ja, nimmt halt relativ viel Platz ein. Aber wenn es funktioniert... Aber wenn es funktioniert... Wie sagt man immer so schön? Es ist nicht dumm, wenn es funktioniert. Und von daher... Die Warteschlange passt auch genau so rein. Gibt es eigentlich auch mal andere Wagen? Ne, die haben bloß den Lorenzug. Machen wir mal eine Mindestwartezeit von 15 Sekunden, dass sich das so ein bisschen splittet. Eintrittspreis... 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 Über den Fluss... Ja, ich weiß. Kreativ ist was anderes, aber... Was soll es? So, ein paar Benke hinstellen. Wo die Leute sich ausruhen können. Wie sieht es mit den Mechanikern aus? Fünf Stück. Eintrittspreis...